Wir sind auf dem Weg, um wieder irgendwelche Erledigungen zu machen. Yes, ein Tag, ein Vormittag muss man sich dafür nehmen, manchmal. Wir fahren jetzt zur Bank, damit Geld eingezahlt. Dann fahren wir zur Post und dann wollen sie nochmal gucken, wegen der Steuer, ob das Auto hier irgendwie, wie heißt, was wir hier machen. Also es ist so, in der Türkei kann man bei der Post tatsächlich ein paar Sachen erledigen, mehr als in Deutschland. Und ich brauche halt eine Zugangsnummer, um mich mit meiner ID einzuloggen online, um ein Geschäft zu erledigen. Da brauche ich halt, muss ich klären, dass ich das Auto hier stehen lassen darf. Oder ich darf es ja hier stehen lassen, aber ich muss es anmelden, dass es auch irgendwo steht. Genau, das könnten wir auch am Flughafen machen, aber es war mir jetzt zu heikel. Der Flughafen ist voll, wir sollen eine Stunde vor da sein. Reicht es? Reicht es nicht. Wäre nicht, sind wir weggeflogen und dann könntest du es noch online machen, aber dafür brauchst du auch erstmal diese Nummer. Genau, diesen Code brauche ich deswegen. Und mal gucken, wenn es klappt, dann klappt es. Ansonsten müssen wir halt eine Stunde früher an den Flughafen, das dort erledigen. Bald am Zoll haben die das so gesagt, dann wird das schon klappen. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, ihr kennt uns ja. Eben mal auf Nummer sicher. Eben wurden wir das erste Mal in der Türkei von der Gendarme angehalten. Aber die haben so allgemeine Fahrkontrolle gemacht, die haben jeden angehalten. Ja. Kurzer ID-Check. Kurzer ID-Check. Ich bin nicht besucht in der Türkei. So, was aber auch. Sehr gut. Tschüss. Ja. Das ist super schön in Deutsch hier. Ich sage, Warteautomaten kann man sich nur noch ziehen, in Deutsch. Da fliegt er wie ein Engel. Da fliegt er wie ein Engel. Da ist die Post, die Post ist da. Natürlich kostet alles wieder Geld. Ich musste kurz meine Handynummer hinterlegen. Das Code bekommen habe, da hat sie das gemacht. Hat 5 Vira gekostet. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel 1000 Euro das sind. Jetzt habe ich einen Code bekommen und damit kann ich mit meiner Mavi-Karte, mit meiner blauen Karte, kann ich mich dann einloggen und kann dann sämtliche Behörden arbeiten auch online erledigen. Also vieles, wofür man extra irgendwo hingehen muss. Wie zum Beispiel auch die Steuern bezahlen. Viele gehen ja zur Stadt und bezahlen da ihre Grundsteuer für ein Eigentum. Das mache ich auch schon online. Da gibt es auch eine Option, dass man ohne Login bezahlen kann. Jetzt kann ich mich aber einloggen und kann dann auch easy bezahlen. Und noch vieles, vieles, vieles weiteres mehr. Hast du deine Körbsche bald zusammengebaut? Stabil machen. Für die schweren Eigentum. Oh, heute ist es aber echt angenehm. Es ist echt nicht warm. Wir kaufen noch ein bisschen Obst und Gemüse, wobei nicht mehr so viel. Wir fahren ja bald nach Hause. Aber so ein bisschen was, um über die Runde zu kommen, holen wir uns dann doch. Ein bisschen Gewürz und ein bisschen Locum gekauft. Das heißt auch Locum, oder? Alles heißt Locum. Ich habe Gewürze geholt. Ich wollte schon immer mal Fertiggewürze haben für Hähnchen und für Fleisch. Und dann habe ich noch Locum geholt. Dieses kleine Süßzeug für jemanden, das ich jetzt nicht im Video erwähnen möchte. Das ist eine Überraschung. Ja. Dann sollen wir den Rest noch ein bisschen holen. Pomaden auf jeden Fall. Ja. Eine halbe Melonen. Ja. Und Nektarinen und Kiesische Wolle. Ja. Dann haben wir hier noch ein Träubchen mitgenommen. Ein bisschen Nektarinen. Jetzt haben wir für über 2 Kilo Nektarinen und 800 Gramm Träubchen haben wir was bezahlt? 130. 130. 130 Schleber. Die Preise haben sich jetzt nicht geändert in einer Woche. Aber es ist einfach schön, dass man ordentlich was kaufen kann. Ja. Für wenig Geld. Wir sitzen hier am Pool. Und heute ist echt wenig los. Heute ist Pool am Pool. Ja, echt cool. Daneben sind die liegen leer. Bei uns nehmen sie ein paar Besätze. Dahinten schön leer. Ach wir freuen uns. Und heute Abend geht es in den Nova Mall. Wir waren dieses Mal noch kein einziges Mal. Wir waren den ganzen Tag am Pool. Wir haben ja auch die ganzen Sachen erledigt. Ja genau. Ich habe jetzt diesen Code bekommen bei der Post. Ich habe das dann ausprobiert. Und es soll einwandfrei funktionieren. Ich habe das Auto registriert. Dass ich garantiere, dass es kein anderer fährt, während ich nicht da bin. Und fertig. Alles erledigt. Sehr schön. Ich hoffe es ist hier nicht zu laut. Es sind sehr viele Menschen hier. Gucken wir mal. Was die Mädels... Ich glaube die eine will Burger King. Die anderen wissen wir noch gar nicht. Die Mädels bringen endlich mal ihren Fisch. Schussi. 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 Schussi, Schussi. Schussi die Sachen haben. Oder mehr. So, ich esse ein Ölimle. Und noch mal Pommes. Und ein Cola. Was ist der Wert der Herr? Also wir haben jetzt 37 Euro für uns alle 5 ausgegeben. Schief. Sehr. Und weil ich fände ja die tollen Stecks. Im Fasten und Himmels. Übrigens sind hier die McDonalds Preise einfach nur abartig. Über 10 Euro als Menü. Ja. Kann man machen, ne? Überfasst in Deutschland. Wobei in Deutschland gibt es ja immer Codes und Coupons. Kanada ist ja nicht so. Es wird die jetzt. Ich bin eben das. Das ist ja echt. Mit mir hinten kommt und dreht noch mal ein. Du hast ja und ein, das sind ja hier. Und er hat immer wieder einen hatten. Und das sind ja hier. Ich bin da. 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 Ja, ja, ja.